Auf der Übersichtsseite habt ihr während der Sternsinger-Aktion immer alles im Blick. Im Ampelsystem verändern sich die Farben der Straßen. Straßen, die gerade in Bearbeitung sind, werden zum Beispiel gelb. Straßen, die schon erledigt sind, werden grün. So färbt sich langsam aber doch euer Pfarrgebiet hoffentlich grün ein. Ich gehe hierfür auf die Übersichtsseite, sehe hier links alle eingeteilten Gruppen und sehe hier das Gebiet, das begangen wird. Hier oben kann ich nun nach der Schicht filtern. Wenn ich hier auf den 29.12. gehe, sehe ich hier die unterschiedlichen Gruppen, die unterwegs sind, kann auch hier nur eine Gruppe auswählen und sehe hier unten eine Übersicht über die aktuellen Gassen und Straßen. Auf der Karte seht ihr auch immer, wo eure Gruppen gerade unterwegs sind. Das Symbol zeigt euch an, wo sich die Gruppe gerade befindet. So behaltet ihr während der Sternsinger-Aktion immer alles gut im Blick. Musik